Handball Nach Cup-Verteidiger THW Kiel ist auch vor Jahresfinalist des Geflensburg-Handy weit im Achtelfinale des THB-Pokals ausgeschieden. Der Champions-League-Teilnehmer verlor am Mittwoch vor heimischer Kulisse gegen den Bundesliga-Rivalen Frixe Berlin mit 26.29, 14.14 Uhr. In einer spannenden Partie lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, den die Gäste dank einer starken Schlussphase für sich entschieden. Meister Reinicke Löwen steht nach einem 28-24-Sieg beim Drittligisten-Tours Ferndorf dagegen im Viertelfinale, das am 5. November ausgelost wird.